Good evening, Miss Alice. Ich muss sagen, Ihr Kleid... Mr. Wehrburg, ich weiß, Sie sind ein Mann von Geschmack. Wie finden Sie meine Abendgarderobe? Ihre Abendgarderobe? Sie... Nun... Sie muss furchtbar viel Geld gekostet haben. Danke, Esel. Übrigens sehen Sie im Frack viel dekorativer aus. Sie sollten ihn auch tagsüber tragen. Danke. Kröte. Daisy, was ist hier eigentlich los? Und was sollen die Koffer? Willst du verreisen? Miss Alice, darf ich vorstellen. Meine junge Frau Daisy, mit der ich gleich an Bord der MS Europa durchbrenne. Wie? Daisy, das ist ja unmöglich. Warum? Hans und ich haben unter Ausschluss jeglicher Intimität geheiratet. Mein Mann ist nur mein legitimer Reisebegleiter. Ach so. Unglaublich. Warum so unglaublich? Wenn Sie Ihren heißgeliebten Isidor heiraten, verreisen Sie doch auch zusammen. Isidor? Aber ich dachte, du wolltest Freddy... Schweig! Ich werde mich noch heute Abend verloben. Ach! Für Ihren Isidor haben Sie sich so herausgeputzt. Mag sein. Alice, bist du dir wirklich ganz sicher, dass Freddy dich liebt? Alice Kauder fragt nicht erst lange. Einer Dollarprinzessin kann kein Mann widerstehen. Abergeidas bemerkt KNOWN? Nämlich abg indem du Interesse an Bordestolly.. ...kisst mir-, werden醒 auf sage einen T себе. Bin auf subscribe. Daner oder beslinek, Bordest sollen gesp dependent sein. Om man completing durch secondo Jahr oder Dr. oder nicht schämt sie mir legen können bij? Vielen Dank.